Jo, herzlich willkommen auch meinerseits an alle hier vor Ort und alle, die online mit dabei sind. Wiesbaden sind wir ja hier, genau, Frankfurt und Gießen. Mega, hey, dass ihr alle mit am Start seid. Ausgeschlafen, wie Uta es gerade gesagt hat, oder? Nee, nee, komm mal, Wiesbaden, Frankfurt, Gießen, seid ihr ausgeschlafen? Ja, mega, hey. Sehr, sehr stark. Genau, wir sind in unserer neuen Predigt-Serie mit allen Standorten und zwar mehr als genug. Wir haben letzte Woche schon einiges davon gehört, heute geht es noch etwas intensiver weiter. Und ich will direkt mit einer Frage starten. Und zwar, hast du mal bei dir zu Hause etwas gefunden, was dir nicht gehört? Okay, auch Gießen und Frankfurt, ihr macht mit? Ja? Okay. Okay, so, lass mich noch mal konkreter werden und zwar, hast du schon mal bei dir zu Hause in deinem Schrank eine Unterhose gefunden, die dir nicht gehört? Das hätte mich auch gewundert, wenn sich jetzt noch mehr Leute gemeldet hätten. Vielleicht nur in Frankfurt. Nein, ich war schwach. Ich bin nachher bei euch. Nein, aber, hey, warum ich das frage, weil vielleicht sitzt du hier und sagst, was ist das für eine Frage? Und das ist mir vor ein paar Monaten passiert. Und zwar, ich habe in meinem Schrank eine Unterhose gefunden, die mir nicht gehört. Und, okay, da ich nicht der einzige Kerl bei uns zu Hause bin, dachte ich, okay, sie gehört meinem Sohn. Also habe ich sie genommen, habe sie in den Schrank meines Sohnes gepackt. Nach zwei Tagen lag sie wieder bei mir im Schrank. Also bin ich zu ihm gegangen und habe gesagt, hey, warum legst du deine Unterhosen bei mir in den Schrank? Und er sagte, Papa, die gehört mir nicht. Und dann fängt es natürlich an zu überlegen. Und jetzt, denkt man sich darüber nach, warum ein Neunjähriger und ein Erwachsener sich darüber Gedanken machen, ob sie die gleiche Art an Unterhosen haben. Okay, das ist ein anderes Thema, kein Kopfkino. Ich trage keine Spider-Man-Unterhosen, okay? Nur Batman. So, auf jeden Fall. Nein. Kein Spaß, ich habe angefangen, alle Eventualitäten in meinem Kopf durchzugehen, sondern alle Optionen durchzugehen, wie diese Hose, diese Unterhose bei mir landen kann, diese Boxershorts. Und ich habe kurzzeitig wirklich überlegt, ob einer meiner Freunde unsere Wohnung ohne Unterhose verlassen hat. Der vielleicht die Wäsche gesehen hat und gesagt hat, oh, komm mal, und mit dazu hole ich nächste Woche wieder. Ehrlich, du hängst an zu überlegen, was kann passiert sein. So, und dann ist mir aber eingefallen, und meiner Frau auch, dass mein Schwager, der eine Zeit lang in England gelebt hat, uns besucht hat, und dann dachten wir, okay, wahrscheinlich hat er sie hier vergessen, sondern also haben wir ein Bild von der Unterhose gemacht und haben sie ihm geschickt. Also per Handy, nicht Postkarte oder so. Wir haben ein Bild gemacht, haben ihn geschickt und er schreibt so zurück, er so, was soll ich damit? Und wir so, ja, das ist seine Unterhose. Und er sagt, nein, die gehört mir nicht. Okay, also haben wir weiter überlegt, mit ihm dann zusammen. Und dann sind wir auf die Lösung gekommen, true story, und zwar folgendes ist der Fall, da mein Schwager in England gelebt hat, eine Zeit lang hat er dort, ist er mit seinen Klamotten immer in den Waschsalon gegangen und hat dort seine Sachen gewaschen. Das heißt, sehr wahrscheinlich hat er dann irgendwann mal die Unterhose von einem Engländer mit eingepackt, ist dann zu uns gekommen, hat sie bei uns gewaschen, und dann dachte er, die gehört mir nicht. Und somit ist die Unterhose eines Engländers in meinem Schrank gelandet. Und ich weiß, crazy story, oder? Und falls du dieser Engländer gerade bist und zuschaut, I've got your underpants. Ich weiß, hört sich super falsch an, oder? Wenn du David Beckham bist, dann verkaufe ich sie hier und jetzt, okay? Also, auf jeden Fall, wir haben überlegt, hey, okay, wie kann das sein, das ist sowas Verrücktes, oder? Was heutzutage aber passieren kann, oder? Ich meine, dass die Unterhose eines Engländers bei einem Rumänen, oder? Ein Deutsch mit Migrationshintergrund, zu Hause in seiner Wohnung, in seinem Schrank auftaucht, aufgefunden wird. Auf der anderen Seite, und ich meine, seien wir ehrlich, das sind verrückte Storys, oder? Ich meine, seien wir ehrlich, so eine Geschichte kann eine Ehe richtig auf die Probe stellen. Oder? Schatz, wem gehört die Unterhose, oder? Das war doch das, was ihr als erstes gedacht habt. Aber egal. Gehen wir einfach weiter. Wir leben heutzutage in einer Zeit, die so verrückt ist. Die so crazy ist, oder? Seien wir ehrlich, wenn wir dann auch noch so eine Unterhose von einem Engländer in unserem Schrank finden, dann fällt das nicht wirklich ins Gewicht, oder? Es ist einfach die Zeit, in der wir leben, sie ist so verrückt. Und warum ich diese Geschichte jetzt erzähle, ist aus folgendem Grund. Und zwar, weil ich glaube, dass sie relativ gut veranschaulicht und verbildlicht eine Frage, die ich hier in den Raum stellen möchte. Und zwar folgendes. Hör mir gut zu. Was tust du mit Dingen, die du besitzt, aber die dir nicht wirklich gehören? Was tust du mit Dingen, die du zwar besitzt, aber die dir nicht wirklich gehören? Ich habe ja letzte Woche ein Stück weit darüber gesprochen, was es bedeutet, von Gott gesegnet zu sein, oder? Gott hat uns gesegnet, damit wir ein Segen sein können. Und die ganze Church sagt Amen, oder? Das ist es, was wir letzte Woche gehört haben, oder? Dass sozusagen Gott, er gibt uns sozusagen seine Ressourcen, aber es sind seine Ressourcen, oder? Er vertraut uns seine Ressourcen an. Und wir wollen verantwortungsbewusst mit seinen Ressourcen umgehen. Das heißt, er vertraut sie uns an, damit wir damit wirtschaften, Haushalten, Housekeeping machen, wie dem auch sei. Aber es sind seine Ressourcen, die durch unsere Hand gehen und wir müssen verstehen, dass sie uns nicht gehören. Sie gehören ihm. Sie gehören ihm. Und darüber möchte ich heute ein Stück weit mit uns reden, ein bisschen intensiver reingehen in dieses Thema. Und es mag und möglich sein, dass du an ein paar Punkten vielleicht schockiert sein wirst über das, was ich sage, okay? Aber ich will dich ermutigen, hey, lehn dich dennoch mit rein, gib dich mit rein, schalt nicht ab, okay? Auch nicht innerlich abschalten, auch nicht online abschalten. Bleib dran, denn es wird richtig gut. Ich habe im ersten Gottesdienst gesagt, es wird guter als gut. Okay, jetzt war es versehen, aber ich glaube, das ist so ein guter Spruch für uns. Move Church, guter als gut. Kann er sich etablieren? Guter als gut? Haha, was soll ich auch sagen? Move Church, guter als gut. Also, wie gesagt, lehn dich mit rein. Was ich im Vorhinein aber sagen möchte, ist Folgendes. Und zwar das, was du und ich verstehen müssen, ist, dass Gott, hör mir jetzt kurz zu, Gott möchte dich und mich segnen. Okay? Gott liebt dich so sehr, dass er dich und mich segnen will. Wenn wir unsere Kinder lieben, okay? Und ich würde sagen, hey, wenn du Kinder hast, du liebst sie, dann wirst du auch, dass sie gesegnet sind. Wenn wir davon ausgehen, dass Gott ein Vater ist, dann will er dich segnen, weil er dich liebt. Ich meine, davon spricht Jesus, oder? Er sagt, hey, wenn ihr, also wir in diesem Fall, wenn wir schon böse sind, oder? Und unseren Kindern dennoch gute Gaben geben, oder? Ich meine, wenn sie uns ein Stück Brot bitten, dann geben wir ihnen ja keinen Stein oder Skorpion, oder sowas. Wie viel mehr ist dann der Vater gut im Himmel und kümmert sich um deine Belange? Oder, ich meine, das ist eine Sache, die wir verstehen müssen. Gott ist gut und Gott liebt dich und Gott möchte dich segnen. Das ist das Fundament. Und das, was wir verstehen müssen, ist Folgendes. Und zwar, dass es kein Problem ist, von Gott gesegnet sein zu wollen. Okay, es ist absolut kein Problem. Es ist kein Problem, dass du sagst, ich möchte zum Beispiel in einer sicheren Nachbarschaft leben. Es ist kein Problem. Es ist auch kein Problem, zu sagen, ich möchte, dass meine Kinder in einer sicheren Nachbarschaft aufwachsen. Da liegt auch kein Problem darin, und das ist auch nicht falsch, zu sagen, ich wünsche mir ein Auto, oder ich wünsche mir ein Haus, oder ich wünsche mir einen Garten. Es liegt auch kein Problem darin, zu sagen, dass du schöne Dinge haben willst für dich oder für deine Lieben. Okay, wir haben letzte Woche gehört, es liegt kein Problem darin, Besitz zu haben. Gott hat kein Problem damit, dass du Besitz hast. Es sei denn, und dann kann es zu einem Problem werden, wenn dieser Besitz dich hat, oder? Wenn dieser Besitz unser Leben bestimmt und letztendlich unser Herz hat, dann wird es zu einem Problem. Aber an sich, von Gott gesegnet sein zu wollen, es ist kein Problem. Und ich will es dir zeigen. Und zwar, wenn wir reinschauen in 1. Chronik 4, die Versen 9 bis 10, lesen wir dort das Gebet von des Jabes, das Gebet des Jabes. Und zwar steht da folgendes geschrieben, Jabes war angesehener als seine Brüder. Sag mal bitte ganz kurz, angesehener. Jabes war angesehener als seine Brüder. Seine Mutter hatte ihm den Namen Jabes, was nichts anderes bedeutet, als er bereitet Schmerzen gegeben, weil seine Geburt sehr schwer gewesen war. Aber Jabes betete zum Gott Israels und rief, bitte segne mich, bitte segne mich doch und erweitere mein Gebiet. Steh mir bei mit deiner Kraft und bewahre mich vor Unglück. Kein Leid möge mich treffen. Und Gott erhörte sein Gebet. Ganz kurz, eine Frage. Ist das ein schlechtes Gebet? Nein, oder? Und ich meine, wenn es ein schlechtes Gebet ist, warum er hört Gott es dann? Oder wenn dieser Typ, Jabes, so daneben ist, warum wird er als angesehener Mann bezeichnet im Wort Gottes? Sondern, das ist das, was du und ich verstehen müssen. Okay, da liegt kein Problem da drin, dass du und ich gesegnet sein wollen, damit wir einen Unterschied auf diesem Planeten machen. So, das Problem ist was anderes, und zwar, dass der Feind, der Teufel, er versucht, Folgendes klarzumachen, uns Folgendes klarzumachen, und zwar, dass der Segen Gottes gleichgestellt wird mit Materialismus. Dass der Segen Gottes gleichgestellt wird mit Wohlstandsevangelium. Und bitte verstehe mich nicht falsch, diese beiden Dinge sind schlecht, okay? Aber von Gott gesegnet sein zu wollen, um ein Segen sein zu wollen auf diesem Planeten, da liegt kein Problem drin. Wir müssen das verstehen, okay? Dass von Gott gesegnet, weil das ist das, was der Feind versucht, uns mal wieder einzutrichtern, und zwar, dass du nur als echter Christ geltest, wenn du alles ablehnst. Okay? Aber wie willst du dann wirklich einen Unterschied machen? Wenn du alles ablehnst, nur das ist echte Nachfolge. Aber ich will dir ganz ehrlich sagen, hey, wenn nur das echte Nachfolge ist, dann brauchen wir Gott nicht. Okay? Okay, aber dann können wir uns selber retten. Dann sind wir einfach gerecht vor Gott, weil wir gute Werke tun und auf eine bestimmte Art und Weise rüberkommen. Bitte hör mir zu, das ist falsche Theologie, okay? Das ist nicht das, was Gott für dich und für mich vorbereitet hat. Gott möchte dich und mich segnen, weil er ein Vater ist und weil er dich liebt. Und wenn du das glaubst, dann sag doch bitte Amen. Okay? So, das ist, was wir in unserem Herzen annehmen müssen. Verstehen müssen für die nächsten Schritte, in die wir jetzt hineingehen wollen. Und zwar, dass Gott, er möchte... Ich meine, was für ein Problem soll darin liegen, hey, das ist das, dass du mehr haben willst, um mehr zu geben, mehr zu investieren, oder? Sondern, nein, nein, hörst du, Gott will dich und mich übernatürlich segnen, damit du und ich großzügig sein können. Gott will dich und mich übernatürlich segnen, wenn wir verantwortungsvoll mit dem umgehen, was er uns anvertraut. Und du kannst es von mir aus Haushalten nennen, du kannst es Verwalten nennen, du kannst es Verwalterschaft nennen, du kannst es Housekeeping nennen, wie auch immer du es nennen möchtest. Für mich ist es Verantwortungsbewusstsein. Was bedeutet das? Es geht nicht in erster Linie, ganz kurz, verstehen wir nicht falsch, es geht nicht in erster Linie nur darum, dass wir sagen, hey, rote Zahlen sollen schwarz werden in unserem Leben, oder? Es geht nicht nur um Finanzen, es geht um unser gesamtes Leben. Um unser gesamtes Lebenshaus. Gott möchte jeden Bereich unseres Lebens berühren. Und das ist so ein Punkt, den wir für unseren Alltag auch verstehen müssen, dass wir Ressourcen anvertraut bekommen haben. Kraft, Zeit, okay? Ich meine, letztendlich ist es seine Zeit, die er uns anvertraut, oder? So Menschen, die in unserem Umfeld sind, um die wir uns kümmern können, oder? Hey, dein Job, den du hast, Projekte, die du hast, Entscheidungen, die du zu treffen hast. Aber wie treffen wir unsere Entscheidungen? Treffen wir unsere Entscheidungen durch das Bauchgefühl, was wir haben? Durch das, was irgendwelche Leute sagen? Durch das, was unsere Gesellschaft sagt? Oder sagen wir, Gott, ich will dich mit reinnehmen in meine Entscheidung. Sondern ich will eine gute Entscheidung, eine weise Entscheidung treffen. Deshalb, hey, ich sage dir ganz ehrlich, es geht nicht darum, wie viel Geld oder wie wenig Geld du auf deinem Bankkonto hast. Ob du arm oder reich bist, es geht um was anderes. Hör mir gut zu, es geht um folgende Frage. Und zwar, wer denken du und ich in unserem Herzen, wer wir wirklich sind? Wer denken du und ich in unserem Herzen, wer wir wirklich sind? Besitzer oder Verwalter? Und ich sage dir ganz ehrlich, da liegt ein riesengroßer Unterschied zwischen diesen beiden Begriffen. Ich weiß nicht, ob du letzte Woche bei dem Interview zugehört hast. Falls nicht, hey, oder falls du die Predigt nicht geguckt hast, dann will ich dich ermutigen, sie einfach nochmal zu schauen. Aber an einer Stelle hat Nabil was sehr Interessantes gesagt. Er hat eigentlich den Nagel auf den Kopf getroffen. Und zwar, als er über Besitzansprüche gesprochen hat. Und ich glaube ganz ehrlich, wenn du und ich diesen Punkt der Besitzansprüche verstehen, dann werden wir Freiheit erleben in emotionaler und auch finanziellen Stress. Wenn wir das erleben, dann erleben wir Freiheit, wenn wir diesen Punkt mit den Besitzansprüchen verstehen. Und das hat mich wirklich berührt, als ich die letzten Wochen in diesem Interview drinne gesessen habe, weil ich dachte, genau darum geht es. Folgendes zu verstehen, lass es mich runterbrechen auf einen kurzen Satz. Und zwar zu verstehen, was meines ist nicht wirklich mein. Ich wiederhole es nochmal. Was meines ist nicht wirklich mein. Und lass mich dich einfach da an der Stelle herausfordern, weil eigentlich möchte ich dich nur an einen Punkt bringen, an dem du sagst, weißt du was, ich probiere es einfach mal aus. Du hast nichts zu verlieren, hey. Und ich will es ganz kurz mit einem Beispiel festmachen. Und zwar, wenn du zum Beispiel schon mal irgendwas gemietet hast, ein Haus, eine Wohnung oder whatever. Oder irgendwo mal zu Gast gewesen bist, bei jemandem gewohnt hast. Und da irgendetwas zu Bruch gegangen ist und du nicht wirklich daran schuld bist, sagen wir, du hast einen Rohrbruch oder whatever. So, bei wem melden wir uns, wenn sowas passiert? Im weitesten Sinne bei unserem Vermieter, oder? Bei unserem Gastgeber, bei unserem Host, würdest du sagen. Sondern bei dem Hausherrn. Und da liegt schon die Wahrheit drin, in diesem Wort. Haus, Herr. Wem gehört das Haus? Es gehört dem Herrn. Mark hat letzte Woche was sehr Interessantes gesagt. Und zwar, er sagte, was Gott bestellt, das bezahlt er auch, oder? Lass mich ganz kurz bei diesem Bild bleiben und intensiver reingehen. Und zwar, wenn es Gott gehört, dann sorgt er auch dafür, dass es in Ordnung bleibt. So, und ich weiß nicht, wie es für dich ist, aber wenn wir bei diesem Bild bleiben, dann sage ich dir ganz ehrlich, das gibt mir absolute emotionale Freiheit und Frieden. Zu wissen, dass die Sachen, die ich habe, um bei dem Bild zu bleiben, hey, sie gehören letztendlich, sie gehören Gott, oder? Weil, wenn es nicht so ist und wenn es mir gehört, dann sage ich dir ganz ehrlich, habe ich die Kosten dafür zu tragen? Ich meine, kostet es mich Stress, es kostet mich Finanzen, es kostet mich Kraft, es kostet mich, es kostet mich Zeit, oder? Aber wenn ich sage, weißt du was, Gott, am Ende des Tages, es gehört dir und ich vertraue dir. Weil, seien wir ehrlich, hey, um noch intensiver in das Bild reinzugehen, alles, was du und ich mit unseren Händen aufbauen, unser Lebenshaus, was wir aufbauen, wenn es darauf gegründet ist, dass wir es mit unseren Händen aufgebaut haben, sage ich dir ganz ehrlich, wenn ein Sturm auftaucht, müssen du und ich es auch mit unseren Händen zusammenhalten. Und das ist, sagen wir ehrlich, das ist super herausfordernd. Jesus bringt es in einem Beispiel relativ gut, er stellt es relativ gut dar, und zwar, natürlich, er ist Jesus, oder? In Matthäus 25 spricht er nämlich von dem Gleichnis der Talente, vielleicht hast du schon mal was davon gehört, okay? Und ich will gleich mit uns da reingehen, aber bevor ich das tue, eine Sache im Vorfeld, die wir verstehen müssen, und zwar, Jesus spricht an dieser Stelle, und vielleicht wird es dich schockieren, mich hat es schockiert, als ich das gehört habe und mich damit auseinandergesetzt habe. Jesus spricht an dieser Stelle bei dem Gleichnis der Talente, er spricht nicht von Gaben und Befähigung. Er spricht von Geld. Und ich will es dir zeigen, sowohl historisch als auch in diesem Text, wovon Jesus redet. Er redet von Geld. Bei uns ist es immer so schwer, gerade im Deutschen halt, weil wir, Talente, wir kennen dieses Wort Talente, ist eine Begabung, die du hast und sowas, nein, nein, aber er redet davon nicht, er redet von Geld. Du musst dir vorstellen, in der damaligen Zeit war ein Talent, es war eine Geldeinheit. Und es war nicht irgendeine Geldeinheit, es war die größte Geldeinheit. Okay? Das heißt, wenn du redest von einem Talent, musst du dir vorstellen, es sind 6.000 Denare. 6.000 Denare sind umgerechnet heute, ca. 350.000 Euro, vielleicht etwas mehr. Für uns heute, hängt davon ab, wo du lebst, aber für die Leute damals, das war nicht ein Jahresgehalt, das war ein Lebensgehalt. Okay, 350.000 Euro. In der damaligen Zeit, das war, ich meine, wenn du so viel hast, dann hast du ausgesorgt. Und du und ich, ich meine, das, was wir verstehen müssen, ich kenne das von mir, wir lesen so oft das Volkhorst und wir lesen einfach über Dinge hinweg. Das, was Jesus hier tut, ist, er bringt ein Gleichnis, er stellt ein Gleichnis dar und redet von Verwaltern, die eine exorbitant hohe Summe an Geld bekommen, die sie verwalten sollen. Ich will es dir gleich zeigen. Weil wir können dieses Gleichnis definitiv benutzen, hey, um über Begabungen zu reden, über Fähigkeiten zu reden und so weiter. Aber andererseits müssen wir kontextuell, historisch und theologisch beim Text bleiben und sehen, was Jesus hier wirklich sagt. Und Jesus spricht hier über Geld und ich will es dir, wie gesagt, gleich zeigen. Und zwar, wir springen rein in Matthäus 25, Abvers 14. Und zwar steht da folgendes geschrieben. Denn das Himmelreich ist wie bei einem Mann, der verreisen wollte. Er rief vorher seine Verwalter zusammen und vertraute ihnen sein Vermögen an. Was super interessant ist, ist, dass Jesus die meisten seiner Gleichnisse damit beginnen. Und zwar, das Himmelreich ist wie bei. Und genauso auch hier, wenn er über Geld spricht, okay? Denn das Himmelreich ist wie bei einem Mann, wer ist dieser Mann, es ist Jesus, der verreisen wollte. Er rief vorher seine Verwalter zusammen, das sind du und ich, okay? Er rief vorher seine Verwalter zusammen und vertraute ihnen, wessen Vermögen an? Sein Vermögen an. Es ist sein Vermögen, okay? Wir gehen weiter. Dem einen gab er fünf Talente, einem anderen zwei und dem dritten ein Talent. Jedem nach seinen Fähigkeiten. Und das ist so interessant, weil man kann schon sagen, hey, das ist voll unfair. Der eine bekommt nur ein, der andere bekommt so und so. Ganz kurz, hey, es geht gar nicht so sehr um wie viel, es geht vielmehr um wie viel gemäß deiner Kapazitäten, okay? Okay, gehen wir weiter. Und zwar, danach reißt er ja ab. Der Diener, der fünf Talente bekommen hatte, begann sofort mit dem Geld, Geschäfte zu machen. So, hier ist das erste Mal, auch in verschiedenen Übersetzungen wird das Wort Geld benutzt, okay? Aber ich will dir auch zeigen, dass es auch im Griechischen steht. Und gewann fünf weitere dazu. Auch der, der die zwei Talente bekommen hatte, verdiente zwei hinzu. Der aber, der nur ein Talent bekommen hatte, grub ein Loch in die Erde und versteckte das Geld seines Herrn. So, im griechischen Text ist jetzt zum allerersten Mal hier die Rede wirklich von Geld. Und es ist wessen Geld? Es ist das Geld des Herrn, oder? Nach langer Zeit kam der Herr, dieser Diener, zurück und forderte Rechenschaft von ihm. Ganz kurz Pause hier. Ich glaube, wir als Christen vergessen oft einen Fakt. Und zwar, wir glauben definitiv daran, dass Jesus am Kreuz für unsere Schuld gestorben ist. Das ist das, was das Wort Gottes uns zeigt, oder? Er ist am Kreuz für unsere Schuld gestorben. Er ist gestorben. Er ist auferstanden. Und er ist zur Rechten des Vaters. Er sitzt da jetzt. Er ist in den Himmel hinaufgefahren. Aber ganz kurz, das, was wir auch glauben, weil es das Wort Gottes sagt, ist, er kommt von diesem Ort irgendwann mal wieder. Und ich weiß nicht, wie es für dich ist, aber das ist super ermutigend zu wissen, dass wir es mit einem Gott zu tun haben, der uns nicht vergessen hat. Und wenn du das glaubst, dann sag doch bitte Amen. Okay? Das heißt, ganz kurz, er kommt irgendwann mal wieder. Und was auch interessant ist im gleichen Vers ist, du und ich, wir sind rechenschaftspflichtig, wenn es um die Ressourcen geht, die Gott uns anvertraut hat. Okay? Der aber, der nur ein Talent bekommen hatte, grub ein Loch in die Erde und versteckte das Geld seines Herrn. Nach langer Zeit kam der Herr, dieser Diener, zurück und forderte Rechenschaft von ihm. Der Diener, dem er fünf Talente anvertraut hatte, sagte, Herr, du gabst mir fünf Talente und ich habe sie verdoppelt. Sehr gut, erwiderte der Herr, du bist ein guter und treuer Diener. Du bist mit dem Wenigen treu umgegangen, darum will ich dir viel anvertrauen. Komm herein zum Freudenfest deines Herrn. So, ganz kurz hier. Du kennst diesen Ausspruch, sehr gut, du bist ein guter und treuer Diener. Haben wir wahrscheinlich schon oft gehört, oder? Du guter und treuer Diener. Andere Übersetzungen sagen, du guter und treuer Knecht. Du guter und treuer Diener, okay? Weißt du, dass das die einzige Stelle ist, an der Jesus das sagt? Und er redet hier von Geld. Das ist die einzige Stelle in der Bibel, wo Jesus sagt, hey, du guter und treuer Diener und er spricht hier von Geld. Ich weiß, schockierend, oder? Ich spüre förmlich eure Begeisterung, hey. Aber das, was wir verstehen müssen, ist folgendes. Und zwar, Jesus, er vertraut es an, oder? Es ist sein Vermögen, oder er gibt es den Verwaltern, oder? Und sie sollen verantwortungsvoll damit umgehen, weil sie rechenschaftspflichtig sind. Es sind seine Ressourcen, hey. Und es ist sein Geld. Okay, lass mich weitergehen. Danach kam der Mann mit den zwei Talenten. Er berichtete, Herr, ich habe den Betrag, den du mir gegeben hast, verdoppeln können. Denn da lobte ihn der Herr, gut gemacht, du bist ein guter und zuverlässiger Verwalter. In kleinen Dingen bist du treu gewesen, darum werde ich dir Großes anvertrauen. Komm zu meinem Fest und freue dich mit mir. Zuletzt kam auch der, der ein Talent bekommen hatte. Herr, ich weiß, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast, und sammelst ein, wo du nicht ausgestreut hast. Ich sage dir eine Sache, dieser Kerl erkennt den Herrn nicht. Erkennt seinen Herrn nicht. Und ich sagte ganz ehrlich, es gibt so viele Menschen auf diesem Planeten, die Gott nicht kennen, und die denken genau das über Gott. Und zwar, dass Gott ein harter Gott ist. Okay, wenn wir weitergehen. Und ich fürchtete mich, und das zeigt es wieder, er kennt ihn nicht. Er kennt ihn nicht, weil er hat Angst vor ihm. Und ich fürchtete mich und ging hin und verbarg dein Talent in der Erde. Siehe, da hast du das, deine, oder? Es ist nicht seins, es ist seins. Sein Herr antwortete und sprach zu ihm, böser und fauler Diener, du wusstest, dass ich ernte, wo ich nicht gesät, und sammle, wo ich nicht ausgestreut habe? Dann hättest du, und jetzt kommt's, Freunde, das ist das, was Jesus sagt. Okay, das ist nicht für diese Zeitung wie angepasst. Das ist das, was der Urtext sagt, okay? Dann hättest du mein Geld wenigstens auf die Bank bringen sollen, und ich hätte es mit Zinsen zurückbekommen. Geld, Bank, Zinsen, okay? Nehmt ihm das Geld weg und gebt es dem, der zehn hat. Ich glaube, wenn wir über Besitzer und über Verwalter reden, jeder von uns weiß, was ein Besitzer ist. Lass uns mal ganz kurz schauen, was Verwalten bedeutet. Okay, nach Oxford-Linguels bedeutet es Folgendes. Und zwar im Auftrag oder anstelle des eigentlichen Besitzers Betreuen in seiner Obhut haben, in Ordnung halten. Das Weitere, was wirklich auch interessant ist, ist, dass Sir Michael Barber, er ist kein Barber, also kein Papier, er ist Autor, er ist Pädagoge, er ist Engländer. Vielleicht gehört ihm ja die Boxershorts, who knows. Und er ist zum Ritter geschlagen. Ich wusste gar nicht, dass es sowas heutzutage noch gibt. So, auf jeden Fall. So, dieser Typ sagt Folgendes über Verwalten. Etwas Verwalten bedeutet, ein System besser zu hinterlassen, als man es vorgefunden hat. Und ich weiß nicht, wie es mit dir ist, aber genau darum geht es in diesem Text, den wir gerade gelesen haben. So, wenn du und ich, und das ist, worauf ich jetzt eingehen möchte, wenn du und ich davon ausgehen und wirklich daran glauben, dass alles, was es auf diesem Planeten gibt, Gott gehört. Absolut alles. Gemäß dem, was das Wort Gottes sagt, 1. Korinther 10, 26, Psalm 50, ich will dich ermutigen, einfach mal Psalm 50 zu lesen. Wir haben Psalm 50, Vers 12 hier, Vers 12b. Denn die ganze Welt und alles, was auf ihr lädt, gehört, wem gehört? Mir, sagt Gott. Es gehört ihm. Sondern wenn wir wirklich daran glauben, dann sei dir auch dessen bewusst, dass die Tomaten, die in deinem Garten wachsen, sie gehören Gott. Es sind nicht deine Tomaten. Die Gurken, die auf deinem Stück Land wachsen, ich sage dir ganz ehrlich, es ist nicht dein Stück Land, es sind noch nicht deine Gurken, sie gehören Gott. Denn den Schmuck, den du gerade trägst, okay, das Stück Metall, ich sage dir ganz ehrlich, das ist Gottes Metall. Das Papier, was du in deinem Portemonnaie hast, wenn du es noch hast, worauf Geld gedruckt worden ist. Das Papier gehört Gott, hey. Okay, lass mich noch intensiver mit reingehen. Und zwar, dein Haustier, dein Hund Bello oder deine Katze Miau, oder wie auch immer sie heißt, okay. Ich sage dir eine Sache, sie gehören Gott, hey. Es ist nicht dein Haustier. Es ist Gottes Hund. Und manche Leute sind so, hey Gott sei Dank, ich mag diese Katze eh nicht. Ja, oder? Ich glaube ja folgendes, und zwar, dass das hier eine Hundekirche ist. Wenn du eine Katze hast, hey, es gibt die richtige Kirche. Na, okay, ich mache Spaß. Komm, entspannt euch. Okay, oh. Magst du wirklich Katzen? Na gut, egal. Ich habe Meerschweine. Ein direkt Thema wechselt, oder? Ich habe Meerschweine. Sie heißen Schnuffi und Puffi. Genau, und ich sage dir ganz ehrlich, diese Meerschweine und ich, wir verstehen uns nicht wirklich. Meerschweine ist vielleicht einfach nicht mein Ding. Wir weiben einfach nicht miteinander. Es ist jetzt kein Spaß. Sie sind von unseren Kindern. Meine Frau verwaltet sie. Ich habe neulich Nacht, es ist kein Spaß, ich habe neulich Nacht geträumt, dass sie sich vermehrt haben, obwohl das bei den beiden unmöglich ist. Aber sie haben sich vermehrt, und ich bin in das Zimmer reingegangen, und sie haben mich alle angegriffen. Hey, falls du diesen Traum auslegen kannst, dann kannst du mir gerne E-Mail schreiben. Es ist crazy. Hey, Schnuffi und Puffi gehören Gott. Es sind seine Haustiere. Ich darf mich darum kümmern, beziehungsweise meine Frau. Es ist, wie es ist. Das Haus, in dem du wohnst, ist deine Wohnung. Hey, sie gehört. Sie gehört Gott. Hast du schon jemals dieses Gespräch gehabt mit deinen Kindern? Ich hätte niemals gedacht, dass ich an diesem Punkt komme, dass ich so einen Satz sage. Aber wenn du sowas sagst wie, hey, solange du deine Füße unter meinem Tisch hast, oder? Ganz ehrlich, wem gehört das Haus? Hey, mein Sohn war neulich frech. Ich sage ihm, Junge, pass auf, was du sagst. Mit diesem Blick, oder? Innerlich habe ich mich gefreut. Junge, pass auf, was du sagst. Ich habe dich gemacht. Er sagt zu mir, oh, ich dachte, Gott hat mich gemacht. Christenkinder, oder? Geh in dein Zimmer. Sei ruhig. Hey, ganz kurz, wenn ich bei dem Thema bleiben darf. Wirklich, wenn du so manche Kinder mitbekommst, wie sie mit ihren Eltern reden. Raus aus meinem Zimmer. Hey, kein Spaß. Wenn ich zu meiner Mutter gesagt hätte, raus aus meinem Zimmer. Ich sagte ganz ehrlich, sie hätte mir nullkommanix gezeigt, wem dieses Zimmer wirklich gehört. Ich hätte den nächsten Monat auf einem Sitzkissen in der Küche gewohnt. Ich hätte da meine Freunde empfangen. Davor hätte ich noch so einen Hausschuh zugeworfen bekommen. Leg dich nicht mit rumänischen Müttern an, oder? So, auf jeden Fall. Hey, ganz ehrlich. Alles, was du... Dein Zimmer? Es ist nicht dein Zimmer. Deine Wohnung? Das gehört dir nicht. Ganz kurz, die 60% Stahl plus Aluminium plus Plastik, mit denen du gerade hierher gefahren bist, mag sein, dass du es Mercedes nennst. Weißt du, wie Gott es nennt? Mainz. Es gehört E-Mail, oder? Sondern genauso auch deine Klamotten. Okay? Es kommt von seinen Pflanzen. Dein Haus. Hey, die Materialien, womit du dein Haus, deine Wohnung, was auch immer gebaut hast. Ich sagte, es gehört E-Mail. Und ich... Ich sagte das aus folgerem Grund. Und zwar, wenn du und ich diesen Punkt nicht verstehen. Weißt du, wie wir uns verhalten? Wie Teenager, die denken, dass sie in ihrem Haus wohnen, obwohl es Gottes Haus ist. Lass mich ganz kurz jetzt nochmal an einem Beispiel festmachen. An alle hier vororten, auch an allen Campussen. Hey, wenn du dich angesprochen fühlst, dann melde ich mal gleich. Und zwar, kennst du das, hast du schon mal bei jemandem zu Hause gewohnt, während diese Person im Urlaub gewesen ist? Oder hast du mal irgendwie eine Wohnung ausgeliehen bekommen? Oder ein Haus? Oder whatever. Strandhaus, Ferienhaus, wie auch immer. Hast du sowas schon mal erlebt? Und hast da gewohnt? Okay. Ich frage das aus folgenden Gründen. Und zwar, ich erinnere mich daran, dass meine Frau und ich, wir haben von einem Freund, wir haben ein Strandhaus ausgeliehen bekommen. Und das, was ich gemacht habe, ist wie ein normaler Mensch. Ich bin halt hingegangen, habe mich auf die Couch gesetzt, als wir angekommen sind, habe meine Füße auf den Tisch gelegt und meine Frau sagt direkt zu mir, nimm deine Füße runter. Und ich war so, hä, warum? Ist doch keiner hier. Und sie sagt, dieses Haus gehört dir nicht. Und ich sage, ja, aber er hat doch gesagt, ich darf das Haus benutzen, so behandeln wir es, als wäre es mein Zuhause. Ja, Und ich sage dir ganz ehrlich, sie war so erpichter drauf, die ganze Zeit mich immer wieder, auf eine gute Art und Weise, mich immer wieder daran zu erinnern, hey, das ist nicht dein Haus, das ist nicht deine Wohnung. Und am Ende des Tages, am Ende unseres Trips auch und so, war sie so drauf, dass sie es in einem besseren Zustand hinterlassen wollte, als sie es aufgefunden hat. Und ich sage dir eine Sache, ich glaube, bei jedem von uns liegt es ein Stück weit drin, dass wir so drauf sein wollen. Eine Frage, die ich aber an uns habe, ist folgendes. Und zwar, wenn es um Gottes Sachen geht, sind du und ich bereit, wenn Gott uns Dinge nutzen lässt, dass wir sie in einem besseren Zustand zurückgeben wollen, weil wir wissen, er ist der Besitzer, er ist der Hausherr, er ist der Owner, es gehört ihm und er hat dich und mich als Verwalter eingesetzt und es uns anvertraut, weil er uns liebt, aber du und ich sind in der Pflicht, verantwortungsbewusst damit umzugehen. Sind wir uns dessen bewusst, hey? So, und ich sage dir ganz ehrlich, es betrifft alle Bereiche unseres Lebens, alle Ressourcen, es geht nicht nur um Geld. Sondern ich dachte eine Zeit lang, hey, wenn es zum Verwalten geht, dass Verwalten nichts anderes bedeutet, als es so zu belasten, wie es bis jetzt gewesen ist. Also es nicht schlechter und nicht besser zu machen. Sondern es am besten gar nicht zu berühren. Einfach so belasten, wie es ist. Aber das ist nicht Verwalterschaft, hey. Es zu verwalten, als Verwalter eingesetzt worden zu sein, ist was anderes. Und zwar zu verstehen, dass Gott uns sein Besitz nicht nur gibt, er vertraut es uns an. Gekoppelt mit einem Auftrag, gekoppelt mit einer Aufgabe. Und diese Aufgabe ist, es in einem besseren Zustand zurückzugehen. Das ist das, wovon der Text redet, Matthäus 25. Wenn wir da reingehen, dann lesen wir davon, was sagt Jesus dann irgendwann mal zu den beiden? Er sagt, zwei von den dreien sagt er, hey, du guter und treuer Diener, weil du treu im Kleinen gewesen bist. Ich meine, ganz kurz, der eine, wie gesagt, hat 350.000 bekommen oder etwas mehr als 300.000. Der andere 700.000, der andere 1,8 Millionen. Wie gesagt, ein Lebensgehalt. Und er sagt zu den beiden, weil ihr treu damit umgegangen seid, weil ihr gute Diener seid, weil ihr treu im Kleinen wart, sondern will ich euch über mehr setzen. Und es ist so interessant, weil wenn du in Lukas 19 reinspringst, liest du das gleiche Gleichnis. Und da sagt Jesus noch Folgendes dazu. Und zwar, ich will dir Macht geben, ich will dir Autorität geben über fünf Städte, über zehn Städte. So ganz kurz, so interessant ist das Folgendes. Und zwar, du liest dort dieses Wort Macht, Vollmacht. Und es ist das gleiche Wort, im Griechischen, Exusia. Was Jesus benutzt, kurz nachdem er von den Toten auferstanden ist, kurz bevor er in den Himmel hinauffährt, kurz bevor er die Jünger auslendet in alle Welt. Und es ist Matthäus 28. Und er sagt Folgendes zu ihm. Und zwar, er sagt, mir ist alle Macht gegeben, im Himmel und auf Erden. Und das ist das, was du und ich verstehen müssen. Es gibt keine andere Macht, als diese Macht. Gott hat alle Macht. Das, was der Feind uns erzählen möchte, ist, dass er Macht hat. Er ist ein Lügner, er hat keine Macht. Alle Macht ist bei Gott. Und Gott hat uns diese Macht anvertraut. Adam und Eva anvertraut. Sie waren bereit, diese Macht schnell wegzugeben. Aber was als nächstes passiert ist, ist folgendes. Und zwar, dass Jesus gekommen ist und er ist am Kreuz für unsere Schuld gestorben und er ist am dritten Tag von den Toten auferstanden. Aber was er dazwischen gemacht hat, war folgendes. Er ist ins Totenreich gegangen. Und er hat dem Tod, er hat dem Feind, den Schlüssel des Todes, des Totenreiches, auch aus der Hand gerissen. Warum? Weil er will, dass du und ich die Ewigkeit bei ihm verbringen. Das ist es, was ein liebender Vater tut. Es ist die gleiche Macht, Excusia. Und die gleiche Macht will er dir und mir geben. Ihm gehört alle Macht. Halt dir das mal ganz kurz vor Augen. Wenn wir von der gleichen Autorität, von der gleichen Macht reden, die Gott dir und mir geben möchte, als seine guten Verwalter, hey, dann bedeutet das nichts anderes, als dass Gott, er möchte dein, und wir haben es am Anfang gelesen im Gebet von Jabes, er möchte dein geistliches Gebiet erweitern. Er möchte dir Macht und Autorität geben über ein geistliches Gebiet. Ein Mann kam auf mich zu, nach dem ersten Gottesdienst, er hat gesagt, weißt du was, dieses Gebet von Jabes, ich habe das vor 24 Jahren gebetet und ich erlebe es immer noch heute, dass Gott mich segnet, damit ich ein Segen sein kann. Sondern es ist verrückt, wir müssen uns das vor Augen halten, wie Gott über uns denkt, wie er mit uns umgeht. Dass wir uns dessen bewusst sind, dass er, ich meine ganz kurz, dein und mein Umgang mit Finanzen hat eine Auswirkung auf unser physisches, aber genauso auch auf unser geistliches Leben. Lass mich noch einen Schritt weiter gehen. Jeder Cent, den du und ich ausgeben, hat nicht nur einen Auswirkung auf unser Portemonnaie, es ist eine zutiefst geistliche Entscheidung und wir sind uns oft dessen gar nicht bewusst. Und ich will es dir zeigen, wenn wir zurück reingehen in Matthäus 25, lesen wir folgendes, und zwar, wir lesen ja von den Verwaltern, oder? Und ganz ehrlich, sie sind nicht zu bemitleiden, okay? Auch der, der ein Talent bekommen hat, das ist ein Lebensgehalt. Aber dann der, der zwei bekommen hat, was hat er gemacht? Er hat es verdoppelt. Das heißt, über 700.000 Euro hat er nochmal verdoppelt. Er ist direkt an die Arbeit gegangen, hat direkt angefangen zu handeln, oder? Dann haben wir den, der 1,8 Millionen Euro bekommen hat. Was hat er gemacht? Er hat direkt losgelegt und er hat weitere 1,8 Millionen Euro gemacht. Diese Leute nennst du heute Fußballer. Okay? Immer Spaß. So, aber, ganz kurz, und das, was du und ich schnell denken können, ist folgendes, und zwar, hey Mann, ich habe diese Fähigkeiten nicht. Weil sie haben ja dieses Geld, sie haben es ja gemäß ihrer Fähigkeiten bekommen, ihrer Begabung. Ganz kurz, damit können wir uns nicht rausreden. Weil du und ich, wir können unsere Begabungen ausbauen. Bis zum Ende unseres Lebens, oder? Du und ich, wir sind dazu aufgerufen, dass wir gute Verwalter sind. Dann redet Jesus über diesen einen, was hat er gemacht, der nur ein Talent bekommen hat? Er hat es genommen und er hat es vergraben. Oder er hat es vergraben. Weißt du, Zeitnot, weißt du, warum er es vergraben hat? Weil er nicht wollte, dass irgendjemand mitbekommt, ob er was investiert, wie viel er investiert, und so weiter. Aber seien wir ehrlich, hey, wir können Gott nicht hinters Licht führen. Er kennt unser Herz. Und das, was Sie verstehen müssen, ist folgendes, Jesus, was sagt er zu ihm? Hey, man hätte es wenigstens zur Bank gebracht. Okay, dann hätte ich wenigstens Zinsen dafür bekommen. Halt dir mal folgendes vor Augen, oder denk mal über folgenden Aspekten nach, und zwar, dass all die Ressourcen, die Gott gehören, all sein Vermögen und sowas, was tut er damit? Er gibt es seinen Verwaltern. Er vertraut es seinen Verwaltern an. Er möchte nicht, dass seine Verwalter es vergraben. Er möchte, dass sie es multiplizieren. Denk mal über folgendes nach. Kann es sein, dass du und ich Gottes Bank sind? Denk einfach drüber nach. Er hätte es auch zur Bank bringen können, aber nein, er gibt es seinen Verwaltern. Seine Verwalter sind du und ich. Und wir wissen, er geht auf eine Reise, aber er kommt wieder. Und hey, er wird uns, ich meine, seien wir ehrlich, wir sind rechtschaftsrichtig mit dem, was er uns anvertraut hat. Er hat eine Erwartung. Ich sage dir, wie es so ist, hey, ob du es willst oder nicht, du und ich, wir sind Verwalter. Von all dem, was Gott gehört. Ob du es möchtest oder nicht, die Frage ist, ob wir gute Verwalter sind. Und ich sage dir, eine Sache ist, der Gedanke von Verwalterschaft, der kommt nicht von uns, der kommt nicht von Menschen. Weißt du, von wem er kommt? Er kommt von Gott. Und ich will es dir beweisen. In der Bibel lesen wir davon, dass Gott, er hat den Garten Eden erschaffen und was macht er? Er setzt Adam und Eva da rein. Wem gehört der Garten? Wem gehört der Garten? Gott. Er setzt sie als, was ein? Als? Als Verwalter. Okay, ganz kurz, er erschafft den Garten, er setzt sie als Verwalter ein. Was sollen sie machen? Sie sollen sich um die Tiere kümmern, und sollen ihnen sogar Namen geben. Sie haben Macht bekommen von Gott. Sie haben Macht bekommen von Gott. Und dann sagt Gott folgendes zu ihnen, hey Mann, ihr könnt von all diesen Bäumen hier essen. Okay, nur von diesem einen dürft ihr nicht essen. Es ist fast wie ein Statement, was Gott hier setzt. Und zwar, dass sie sich daran erinnern, wem gehört dieser Baum? Wer ist der Besitzer dieses Baums? Es ist Gott. Okay, ganz kurz, er setzt diesen Baum in diesen Garten. Wem gehört der Garten? Gott. Dass jedes Mal sozusagen, hey, wenn Adam und Eva an diesem Baum vorbeigehen, sie daran erinnert werden, ah, ich bin nicht der Schöpfer. Gott ist der Schöpfer. Ich bin seine Schöpfung. So, und dann lesen wir davon, 1. Mose 3, was passiert? Die Schlange taucht auf. Und die Bibel spricht davon, dass die Schlange listiger war als alle anderen Tiere. Wir wissen, dass es der Feind war, dass es Satan war, oder? Und er kommt zu Eva, und was sagt er zu ihr? Er verdreht die Worte Gottes. Er sagt, hey, sollte Gott denn wirklich gesagt haben, was der Teufel immer tut? Er nimmt die Worte Gottes und er stellt sie in Frage. Und dann sagt er folgendes, und zwar, sollte Gott denn wirklich gesagt haben, dass ihr von keinem Baum essen dürft? Hat Gott nicht ein einziges Mal gesagt. Oder? Was hat Gott gesagt? Hey, ihr könnt von allen Bäumen essen. Das zeigt seine Großzügigkeit. Das zeigt sein Herz. Er sagt, hier sind Millionen von Bäumen. Come on, go for it. Habt viel Spaß. Nein, nein, aber was sagt der Feind? Sollte Gott denn gesagt haben, dass ihr von keinem Baum essen sollt? Das ist das, was der Feind immer wieder tut. Und dann sagt er folgendes, er sagt zu ihnen, hey Mann, wenn ihr von diesem Baum esst, ihr werdet sein wie Gott. Eigentlich sagt er folgendes, im Kern. Ihr werdet nicht nur mehr Verwalter sein, ihr werdet Besitzer sein. Und ich sage dir eine Sache, hey, das ist es, was der Feind immer wieder tun möchte, durch die Menschheitsgeschichte hindurch. Er will dich und mich an einen Punkt bringen, wo wir uns unabhängig machen von Gott. Und wir sagen, weißt du was, ich brauche dich nicht, ich kümmere mich um mich selber. Ich bin der Besitzer. Ich bin der Owner. Mir gehört das alles. Ich stelle dich nicht an die erste Stelle. Ich kann auch sagen, ich stelle Gott an die erste Stelle und seien wir ehrlich. An so vielen Stellen tun wir es nicht. Das ist das, was der Feind durch die Menschheitsgeschichte tun möchte. Er hat es bei Adam und Eva probiert und geschafft, oder? Dann probiert er es bei Jesus. Ich glaube, es war Matthäus 4, als er in der Wüste ist, oder? Das ist so verrückt. Jesus ist in der Wüste und er hat Hunger, weil er ist zu 100% Mensch, also zu 100% Gott. Er ist in der Wüste und er hat Hunger, weil er fastet. Was sagt der Feind zu ihm? Hey Mann, guck mal, hier sind doch so viele Steine. Nimm doch einen für das Steine und mach doch Brot da draus. Weil er, der Feind versucht, Jesus an einen Punkt zu bringen, wo er sagt, ich mache mich unabhängig von Gott, dem Vater. Und genau das Gleiche versucht er bei dir und bei mir auch. Er wird uns immer wieder an einen Punkt bringen, wo er sagt, hey, investiere da nicht hinein. Hey, behalte lieber alles beschützen. Hey, come on. Das ist aber, das ist nicht das Herz des Vaters. Und ich finde es so interessant, dass Adam und Eva, sie waren bereit, die Macht wegzugeben, die Gott ihnen gegeben hat. Jesus liebt dich und mich aber so sehr, dass er auf diesen Planeten kommt. Und wie gesagt, er geht ins Totenreich, er holt die Schlüssel des Todes und des Totenreiches, oder? Damit wir in Ewigkeit bei ihm sein können. Und dann sagt er folgendes, und zwar in Matthäus 6, Vers 31 bis 33, das ist Teil der Bergpredigt, okay, sagt Jesus folgendes, lasst uns mal ganz kurz da reingehen. Macht euch also keine Sorgen und fragt nicht, werden wir genug zu essen haben? Und was werden wir trinken? Was sollen wir anziehen? Nur Menschen, die Gott nicht kennen, lassen sich von solchen Dingen bestimmen. Das ist crazy, oder? Das ist verrückt. Euer Vater im Himmel weiß doch genau, dass ihr dies alles braucht. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit und Gott wird euch alles Übrige dazugeben. Dennoch ist Jesus so darauf aus, dass du und ich verstehen, macht euch keine Sorgen. Sorgt euch nicht, hey. Wenn ich bereit war, auf diesen Planeten zu kommen und mein Leben zu geben, so wie viel mehr kümmere ich mich um deinen Alten? Der morgige Tag hat seine eigenen Sorgen. Denk nicht mal morgen nach. Heute ist der Tag. Du kannst im Morgen eh noch nichts machen, oder? Ich bin im Morgen, ich bin im nächsten Monat, ich bin in den nächsten paar Monaten, oder? Und ich bin im Heute, in deinem Heute. Wie Jesu Herz ist, oder? Für dich und für mich. Ich dachte an Folgendes, und zwar, meine Frau und ich, wir zelebrieren manchmal wirklich gern so dieses Abendessen bei uns zu Hause, okay? So, dass meine Frau richtig schön kocht und so weiter und dann holen wir die Kinder und es ist jedes Mal das Gleiche. Sondern wir holen unsere Kinder und wir sagen, hey, es gibt jetzt Abendessen und das, was unsere Kinder machen, direkt von einem Moment aufs andere, ist Toho, Wabohu, alle reden irgendwie gefühlt gleichzeitig, alle rasten irgendwie gefühlt aus. Ja, was gibt es denn? Gibt es das Gleiche für uns wie für euch? So, dann bist du, entspann dich. Wann essen wir? Essen wir jetzt? Essen wir jetzt jetzt? Come on, man, entspann dich, hey, entspann dich, was ist los? Der Nächste kommt um die Ecke und sagt, kriegen wir auch was? Bro, chill. Oder entspann dich. Hey, haben wir jemals als Eltern uns Essen gemacht und haben euch dabei zuschauen lassen, wie wir essen? Oder? Entspannt euch. Hat eure Mutter jemals Essen gemacht und euch nichts davon abgegeben? Hat sie an irgendeinem Tag euch nichts zu essen gegeben? Komm, was ist los mit euch? Entspannt euch. Oder ist es so, meint ihr, wir haben noch andere Kinder hier in den Schränken, die wir rausholen und sagen, ha, 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 die kriegen was zu essen und ihr nicht. Als hätten wir jemals das Haus verlassen und gesagt, hier, Mann, wir werfen es auf den Boden. Come on. Oder, kennt ihr diese Katzenfutter-Dinger, wo die Katzen so hingehen können, so draufdrücken können und dann kommt so ein Essensball raus. Ja, ich glaube, meine Kinder können das lernen. Nein, ganz kurz. Hey, ganz kurz, das, was du und ich verstehen müssen, ist folgendes. Und zwar, meine Frau und ich, wir lieben unsere Kinder und wir würden alles in unserer Macht Stehende tun, ihnen immer exakt das zu geben, was sie brauchen. Wie viel mehr würde Gott alles daran setzen, dir zu geben, was du brauchst, zur rechten Zeit? Wie viel mehr? Oder, wenn wir davon lesen, dass Gott bereit war, auf diesen Planeten zu kommen, sein Leben zu geben, ins Totenreich zu gehen, für dich und für mich. Und so oft sind wir so, nein, 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 ich bin der Besitzer, du bist der Verwalter. Ganz kurz, so funktioniert es nicht. Gott ist der Besitzer und wir sind die Verwalter. Ganz kurz, was Jesus hier sagt, ist verrückt, ist absolut crazy. So ist seine Liebe für dich absolut unfassbar. dass Gott an einen Punkt kommt, wo er sagt, hey Mann, schaut euch die Vögel an. Ich kümmere mich darum, dass die Vögel genug zu essen haben. Wie viel Mehrwert hast du? Ich kümmere mich darum, dass die Pflanzen schön gekleidet sind. Hey, mach dir keine Gedanken über deine Kleidung. Ganz kurz, wenn Gott uns so sehr liebt, wird er doch alles daran setzen, dass du und ich zur rechten Zeit das bekommen, was wir brauchen. Und er hat es bis jetzt getan und er wird es doch weiterhin tun. Wir sind es an so vielen Punkten, dessen gar nicht, hey, ganz kurz, es ist mir schon mal aufgefallen, dass wir oft genauso handeln, wie unsere Kinder und zwar während Gott einen Segen vorbereitet und den geben möchte. Was tun wir? Wir beschweren uns. Ja, ist da auch was für mich dabei? Reicht es auch für mich aus? Hey, mir ist aufgefallen, dass keiner von uns nackt reingekommen ist hier in den Gottesdienst. Übrigens, Dankeschön dafür. Oder? Ganz kurz, lass uns ein Statement setzen, auch heute, dass wir eine Entscheidung treffen, sagen Gott, du bist der Besitzer von all dem, was ich sehe, von all dem, was ich habe. Mein Haus, es gehört dir, es ist nicht mein. Was meines ist, es ist nicht wirklich mein, es gehört dir, Gott. Es soll dir dienen, Gott. Alle Zimmer in meinem Haus, in meiner Wohnung, wo auch immer, das Auto, es gehört dir, Gott. Es gehört alles, es gehört am Ende des Tages, es gehört dir. Du bist der Erschaffer von allem. Und dann sage ich dir, was passiert, Stück für Stück, Moment für Moment. Hey, wir verstehen mehr und mehr Gottes, die er für dich und für mich vorbereitet hat. Ich glaube, wenn du jetzt die Sitzung sagst, wie vertraue ich denn Gott richtig? Setz seinen Fokus über deinen Fokus. Setz seinen Traum über deinen Traum. Setz seine Vision über deine Vision. Eigentlich ist es nichts anderes, als das, was Jesus sagt. Jesus sagt, hey, ganz kurz, stell mich an die erste Stelle und ich kümmere mich um den Rest. Oder? Und ich weiß, es ist so leicht gesagt, und dann im Alltag reagieren wir doch so anders. Lass mich zum Ende kommen. Ich weiß, Patrick, das spielt schon eine Weile. Hey, Dankeschön dafür. Na, aber ich erzähle nur ganz kurz eine Geschichte noch aus unserer Church. Von einer Person, von einem Ehepaar aus unserer Church. Und zwar, nennen wir ihn Stefan, okay? Damit ich ihn anonymisieren kann. Stefan. Stefan hat mir davon erzählt, hey, dass dieses Interview, was Andreas und ich gemacht haben vor, keine Ahnung, wann es gewesen ist, wegen Pakistan und allem dort, was wir dort rein investieren und so weiter. Und Andreas hat sein Herz dort geteilt und er war ja vor Ort. Verrückte Geschichte auch, was alles dort passiert ist. Sondern dieser Mann sitzt im Gottesdienst, er hört das und er redet mit seiner Frau und er sagt, hey Mann, lass uns überlegen, was wir tun können, um auch da rein zu investieren. Und dann erinnerten sie sich daran, dass sie noch ein Gartengrundstück haben, was sie eh nicht benutzen. Und sie haben gesagt, hey, komm mal, lass uns das doch einfach verkaufen. Und dann sagte Stefan zu mir, er sagte, weißt du was, der zehnte davon gehört eh Gott. Darüber müssen wir gar nicht diskutieren. Aber ich habe mit Gott einen Deal gemacht und habe gesagt, also 10% von dem, was wir bekommen, okay. Aber ich habe mit Gott noch einen weiteren Deal gemacht. Ich habe gesagt, hey, alles, was darüber hinaus kommt, über die Summe, die ich für dieses Gartengrundstück bekomme oder bekommen möchte, sondern alles darüber hinaus, es soll einfach in diese Arbeit reingehen. Also hat er das Gartengrundstück inseriert. Erstmal haben sich nur irgendwie verrückte Leute gemeldet und so, wie es manchmal halt ist. Und dann haben sie es ausgenommen aus dem Inserat und direkt am nächsten Tag meldet sich jemand und sagt, hey, wir haben das irgendwo gelebt. Ich habe keine Ahnung mehr. So, irgendjemand hat uns davon erzählt, whatever. Sondern wir würden gerne dieses Gartengrundstück haben. Und dann sagt Stefan, er sagt, hey, aber okay, kannst du gerne haben, aber dieser Preis ist indiskutabel. Okay, ich will es von vornherein gesagt haben, ist indiskutabel. Ich möchte diesen Preis dafür haben. Und der Typ hat gesagt, alles klar, ich melde mich morgen nochmal. Am nächsten Tag ruft dieser Typ an und jetzt kommt es. Und er sagt, wissen Sie was, wir haben darüber nachgedacht, hey, wir wollen Ihnen wer macht sowas? Rufst bei irgendjemand bei E-Mail-Kleinanzeigen an und sagt, hey, weißt du was, ich finde den Preis gut, aber ich gebe dir noch mehr. Wer macht sowas, oder? Und Stefan war so, er dachte, okay, dieser Typ will mich entweder übers Ohr hauen oder er hat es nicht ganz verstanden. Dieser Typ sagt, nein, 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 ich habe es nicht richtig verstanden. Ich will Ihnen aber einfach mehr geben. Der Typ war kein Christ. Der war kein Christ. Und dann erinnerte sich Stefan daran, ich habe mit Gott einen Deal gemacht. Und Gott stellt sich zu seinem Wort. So, ganz kurz, hey. Ganz kurz, ganz kurz, ganz kurz. Er hat das Gartengründchen verkauft, er hat ihm davon erzählt, dass er Christ ist, er hat ihm davon erzählt, was in der Church geht, er hat ihn eingeladen und so weiter. So, was super cool ist. Ich sage dir eine Sache, hey. Das, was du und ich verstehen müssen, ist folgendes. Und zwar, wenn wir verstehen, dass er der Besitzer ist und wir nur Verwalter dessen von all dem, was wir hier so haben, was wir auf diesem Planeten als unseres bezeichnen. Wenn wir das verstehen, dann sage ich dir ganz ehrlich, Gott kommt mit seinem Über auf unser Natürliches. Wenn wir anfangen, nach seinem Willen auch in diesen Dingen zu leben, hey, er kommt mit seinem Über auf unser Natürliches. Und wenn du und ich anfangen, uns um sein Haus zu kümmern, beginnt Gott, sich um unser Haus zu kümmern. Ich gehe ganz kurz in diese Geschichte weiter. Und zwar, dieser Stefan saß Anfang des Jahres mit seiner Frau und mir zusammen. Und sie haben davon erzählt, hey, wie herausgefordert ihre Ehe ist aufgrund ihrer Kinder, die absolut richtig viel Mist bauen und Mist gebaut haben und Konsequenzen auf sie zukommen und so weiter. Und sie haben gesagt, die haben davon erzählt, ich meine, hey, wie herausfordernd das war für ihre Ehe und wie herausfordernd es ist zu spüren, dass man die Kinder, die eigenen Kinder irgendwie emotional und geistig verliert. Und wir saßen zusammen und ich meine, ich habe ein paar Ratschläge gegeben, aber dann habe ich ihnen gesagt, hey, weißt du, was wir in der Church hier anbieten, ist folgendes, und zwar, wir bieten das Summer Festival an und ich glaube voll und ganz daran, hey, das ist ein Megading. Und ihr sollt eure Kinder anmelden, solange sie noch nicht 18 sind, müssen sie ja hin, wenn ihr sie anmeldet. Also, just saying, hey, es ist so, oder? Melde sie einfach an, sag ihnen, ihr geht da hin, Punkt. So, er hat es wirklich getan, er hat seine Kinder angemeldet und ein paar Tage vorher haben sie noch mal gesagt, hey, die haben ja keinen Bock da hinzugehen und so weiter. Und der Vater hat noch mal gesagt, hey, ich habe da richtig viel reingeballert jetzt, richtig viel dafür hingeblättert, ihr Vater hin. So, sie sind hingefahren und jetzt kommt es. Zwei Tage, als das Summer Festival schon angefangen, am Abend bekommt der Vater ein SMS, eine Nachricht. Ich sage euch ganz ehrlich, er steht in seiner Küche, während er mir diese Geschichte erzählt, mit Tränen in den Augen. Und er sagt, weißt du was, einer meiner Söhne schreibt mir. Papa, es hat sich voll und ganz gelohnt. Ich habe mein Leben Jesus anvertraut und mein Bruder auch. Und sie haben davon erzählt, wie sie zurück nach Hause gekommen sind und dem Vater alles gebeichtet haben, was sie hinter seinem Rücken so gemacht haben. Und Gott hat die Beziehung zwischen diesen Kindern und den Eltern wieder zusammengebracht, die so am Zerbrechen war. Ich sage dir eine Sache, wenn du und ich uns um sein Haus kümmern, dann kümmert er sich um unser Haus. Und bitte verstehe mich nicht falsch, ey. Bitte verstehe mich nicht falsch. Man kann Gott nicht kaufen, okay, und man kann ihn auch nicht bestechen oder sowas. Aber ich glaube voll und ganz an das Prinzip, wenn ich Gott an die erste Stelle in meinem Leben stelle, in allem, das ist nicht nur so sage, sondern wirklich in allem sagen Gott, mein Leben gehört dir, dann kümmert er sich um den Rest. Das ist meiner Meinung nach ein geistiges Prinzip. Und ich will dich ermutigen, egal wo du gerade drin stehst, Gott liebt dich so sehr, er will dich segnen, er will dir begegnen. Die Entscheidung liegt bei dir, ob du das annehmen möchtest oder nicht. Dein Bild, was du bis jetzt vielleicht von Gott gehabt hast, einfach niederzulegen und dich nicht weiter belügen zu lassen vom Teufel, sondern das anzunehmen, was Gott für dich vorbereitet hat. Amen. Amen. Hey, lass uns mal ganz kurz alle unsere Augen schließen, einfach als Punkt der Konzentration und der Privatsphäre. Vielleicht bist du heute zum allerersten Mal hier und sagst, Antony, weißt du was, ich kenne diesen Gott gar nicht, von dem du gerade erzählst, diesen Gott, der mich liebt, diesen Gott, der mich segnen möchte, diesen Gott, der einen Plan für mein Leben hat, aber ich möchte ihn gerne kennenlernen. Dann will ich dir sagen, hey, von hier vorne, du bist nur ein Gebet davon entfernt und hierbei geht es nicht um Frömmigkeit und es geht nicht um Religiösität, es geht um unser Herz, okay, eigentlich letztendlich mit unserem Mund ausdrücken, was in unserem Herzen gerade passiert, weil Gott, er klopft an deinem Herzen an, aber er ist ein Gentleman, okay, er wird die Tür nicht eintreten, du entscheidest, ob du die Tür aufmachen möchtest oder nicht, aber er liebt dich so sehr. Vielleicht sitzt du auch hier und sagst, Antony, weißt du was, ich kannte Gott irgendwann mal und ich war irgendwann mit ihm unterwegs, aber irgendwas ist passiert, keine Ahnung, Leben ist passiert und ich bin vielleicht irgendwo falsch abgewogen oder whatever, aber ich will zurück zu diesem Gott der zweiten Chance, ich sage dir eine Sache, dieser Gott ist schon die ganze Zeit hinter dir her, und nicht, weil er dich bestrafen will, nicht, weil er gegen dich ist, sondern weil er dich liebt und will, dass du zurück nach Hause kommst. Während all die Augen geschlossen halten, keiner links und rechts schaut. Ich werde gleich von drei auf eins runterziehen, wenn ich bei eins bin, du sagst, du möchtest diese Entscheidung treffen für diesen Gott der zweiten Chance, während keiner nach links und rechts schaut, wenn du sagst, ich möchte diese Entscheidung treffen für diesen Gott, dann bitte ich darum, dass wenn ich bei eins bin, dass du ganz kurz deine Hand hebst, damit ich weiß, für wen ich beten kann. Während all die Augen geschlossen halten, keiner links und rechts schaut. Drei, Jesus liebt dich so sehr. Zwei, er ist dir näher, als du denkst. Eins, er hat einen grandiosen Plan für dein Leben. Heb ganz kurz deine Hand da, wo du sitzt. Dankeschön. Danke. Dankeschön. Okay, ihr könnt die Hände wieder runternehmen, ihr könnt die Augen wieder öffnen. Wir machen das so, ich bete von hier vorne ein Gebet vor, und wir beten das alle hier vor Ort, genauso auch online, als Church, wir beten das nach, okay? Das ist ein Statement dessen, was in unserem Herzen gerade passiert ist, okay? Und wir kommunizieren es Gott gegenüber. Ich glaube, dass Gott dich sieht in deiner Situation, dass Gott dich sieht mit deinen Herausforderungen, mit deinen Kämpfen. Aber vor allem, er will dir begegnen, genau da, wo du gerade bist. Das ist ein echter Moment zwischen dir und Gott. Okay, sprech mir nach. Laut und proud. Jesus, ich gebe dir mein Herz und alles, was ich bin. Bitte verzeih mir, wo ich Schuld auf mein Leben geladen habe. Bitte verzeih mir, wo ich vor dir weggerannt bin. Heute komme ich zurück zu dir. Und ich glaube daran, dass du am Kreuz für meine Schuld gestorben bist. Dass du am dritten Tag von den Toten auferstanden bist. Und dass du jetzt zur Rechten des Vaters sitzt. sei du von nun an mein Gott, mein König und meine Nummer eins. Und die ganze Kirche sagt Amen, Amen, Amen. Hey, vielen Dank, dass du dir eine Predigt aus der Move Church auf unserem Channel angeschaut hast. Wir hoffen sehr, dass dich die Message inspiriert und motiviert hat. Und wenn du eine Entscheidung für Jesus getroffen hast, dann gratulieren wir dir von ganzem Herzen. Es ist die beste Entscheidung deines Lebens. Wir würden dir sehr gerne eine Bibel und eine Broschüre zu den ersten Schritten als Christ kostenlos zukommen lassen. Klick dafür und auch wenn du mehr über uns als Move Church wissen willst, einfach auf den Link zur Webseite. Alle aktuellen Predigten findest du in der verlinkten Playlist oder du abonnierst einfach unseren Kanal. Und wenn du mithelfen willst, die Botschaft von dem Gott der zweiten Chance zu verbreiten, kannst du uns über unsere Webseite finanziell unterstützen. Ich wünsche dir einen grandiosen Tag. Bis dann.